Komm, fallen lassen. Normalerweise müssten wir das eigentlich hinkriegen, hier easy durchzukommen. So. Das ist schon viel, ne? Kontrollpunkt sichern. Gut, fangen wir mal mit dem linken Kontrollpunkt an und dann versuchen wir zumindest von links nach rechts, würde ich sagen. Aber der Wald und sowas sieht schon geil aus. Sieht schon echt nice aus. Muss man einfach mal zu sagen. Muss man einfach mal zu geben. Also Rebellion Games ist schicke Killcamp. Also nochmal Rebellion Games, Chapeau. Oh fuck. Habt man auf jeden Fall ein sehr, sehr geiles Game wieder gezaubert. Auch wenn es jetzt schon länger draußen ist. Äh, leil. Sind gleich schon den kaputt. Auch wieder geil. Neu. Äh, wusste ihr. Den habe ich mal ein. Wenn du das... Ja, ich habe hier hinten nämlich links von mir nämlich noch zwei, darum. Natürlich kriege ich die nicht. Natürlich kriege ich die wieder nicht. Ach komm schon, mein Gott. Ich kriege hier keinen. Ich darf hier nicht hochgehen. Ich stehe gerade so kacke. Nein, schlafe ich mir die halt hier. Der ist kaputt, der ist kaputt. Das gehen einfach mal rausgeschossen. Alter. Zack. Ich sehe hier hinten mal schon mal den Kontrollpunkt. Okay, oder auch nicht. Das heißt, ich muss mich doch erstmal heilen. Du kannst dich auch übrigens im Liegen heilen. Okay. So, Kontrollpunkt gesichert. Alles. Alles klar, Kontrollpunkt sichern. Ähm. Und auch ja auch alles klappt. Also, das war ordentlich. Ich weiß gar nicht, ob wir den... ...Pilot finden. Flugzeug ausfindig machen. Äh, links von dir. Ja. Das waren die selten. Dann. Ich habe hier... Wo ist der? Noch eine weg. Wo ist er? Da ist noch eine. Na komm, lauf doch nicht los! Der ist auch kaputt. Der konnte mir helfen. Hab den nächsten weg. Vor allem das geile ist halt, dass du hier halt... Wo ist er denn? Ja, aber... Ja, gut. Alter! Holy shit! Was ballert denn auf mich, Mann? Begruß... Äh, dieses... Ähm... Augenschuss! Scheiße! Hä? Da steht der Panzer! Hm. Warum steht da ein Panzer? Ich schieße da noch von rechts, kann das sein? Ähm... Das sind Panzerkampfwaren. Ich habe... Ich habe... Uh... Ja, genau! Los! Hoppa! Mach'n hopp! Ich glaube, wir müssen echt den Panzer irgendwie zerstören. Kann ich den Panzer zerstören? Nee, ist keine Panzer, das ist einfach nur... Das ist ne... Loll. Muss ich mich kurz mal heilen. What the f... Loll. Kann nicht... Äh... Na, theoretisch musstest du... Dann musstest du das Ding eigentlich kaputt kriegen. Ja, wie? Ja. Erstmal muss der... ...Dude da weg. Und dann? Komm mal weg. Äh... Nö, hä? Muss der Teil doch kaputt kriegen. Nate? Nö. Ja gut, dann... Äh... Ich würde mal sagen, äh... Auf gut Glück, hauen wir wieder ab. Ja, ich könnte mir müssen... Erstmal um den Panzerwagen kommen. Ähm... Okay. Null! Und tschüss, mein Freund! Äh... Das Problem ist... Das war nur der Fahrer. Ups... Dämm. Frage ist... Wo? Hast du... Deinen Motor... Der Motor müsste theoretisch bei dem... ...hinten sein. Na komm schon, lauf! Ja, es ist okay. Halte ich einfach. Halte ich einfach davor. Ist alles gut. Laufschlampe. Alles gut. Geh sie. So, der Ding ist kaputt. Ja, ich müsste mal hier das... Dann haben wir 107 Meter. Ja, ich glaube... Ich krieg's einfach nicht kaputt, glaub ich. Jetzt halt eine Panzer... Müsste ein Panzer IV-Turm sein. Und den hast du halt keine Chance. Äh... Fuck. Komm, lauf! Ja, ich geb schon Gas. Kommt zu mir! Kommt zu mir! Oh, auf den. Kommt zu mir, mein kleiner Freund. Challah. Challah, 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 challah. Das wäre richtig nice. Äh... Stellt sicher, dass ihr diese Position mit Mann und Maus verteidigt. Mehr werde ich hier nicht finden. Teller-Mine, TNT. Mit TNT hättest du vielleicht kaputt gekriegt, aber... Zeig dich lieber nicht. Hä? Wieso wollte ich mich nicht zeigen, Kollege? Okay, okay, ich bin in Deckung. Da oben ist einer. Bin in Deckung! Ah, ah, dann komm hoch. Komm, komm, komm. Ach komm, du Idiote. Ich glaub, da muss nur da reinpusten. Ich hab nur mit der... Mit der Pomsen. Du, mit der Pomsen. Mit der Pomsen. Mit der Pomsen. Zack. Boom, Junge. So, ein Feuerball, Junge. Und bam, Alter, Silvester. Es hat noch nicht mal ein... Doch ein... Einheitsgefälle. Immerhin. Immerhin ein. Soll nicht hoch machen. Oh. Den letzten Ender. Kontrollpunkt sichern. Da. Was den nice. Aber wieso ist der Kontrollpunkt noch nicht... gesichert, hä? Ach, nee, hä? Hä? What the fuck? Das tut so schlimm. Ah, okay. So ein Spaß. Du musst alles zocken. Das ist keine Menschenseele mehr da. Du musst aber trotzdem noch die Dinge ins kaputt machen. Die, 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 äh, Fahrzeuge. Oh, no, Alarm im Darm. Springen wir mal irgendwo passieren. Brauche mehr Kugeln. Oh Mann, oh Mann. Was, Kugeln? Ja, auf dem Endes neig. Kugeln, Kugeln. Das Kugeln, muss ich sagen. Ah, ich kann mit Kugeln. Ja, wow. Hat halt nix gebracht. Lungentreffer. Woll. Äh, Sniper. Hit. Wie gesagt, ich kann nicht viel machen. Nochmal ein Hit. Nochmal kein Hit. Und ein Bein rein. Kippt. Ja, ich lade. Ja, tot. Tracking-Ami ist in Belohnung. Tot. Ich bin doch da. Ich bin doch da, Mann. Ich bin doch da. Backup ist da. Is da, Mann. Is da. Was? Warten wir jetzt schon wieder. Ich hab nicht was da, aber ein Rift gespürt. Müssen wir hier eigentlich machen. Ich bringe einen Platz hier noch. Schreibe mich mal kurz. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Äh, Freunde der Nacht, wartet mal. Freunde der Südsee. Da kommt, ich hasse es, wenn du mal zu. Wir kommen, ich hasse es, wenn du mal zu. Wissen mit den sichern, oder? Und natürlich muss ich nachladen. Okay, so muss ich. Tschüss, LKW war nett mit dir. Aber wirklich genau ins Loch getroffen. Loll. Ins Loch? Ja, natürlich. Das muss ich nicht. So muss es. Ich hab noch, musst du schon treffen. Ja. Sonst wüsste. Ansonsten ist das mehr kackt. Und er muss natürlich noch ein richtiges Loch treffen. Ansonsten hast du noch mehr kackt. Wurz. 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 Ich hab halt echt keine Muni mehr. Weil ansonsten brauchst du halt anlaufne. Oh, shit. Lass mich auch bitte in Ruhe. Ich hab keine Muni mehr. Nee, da. Den hab ich. Der Rucksack ist platziert. Ist okay, ich warte auf dich. Latt nach. Ich kümmer mich mal in der Zeit um deinen Kollegen. Kopfschuss. Ist jetzt die Frage? Es ist halt geil. Du hörst es einfach. Bling. Hör weg. Ich brauch. Ich müsste mal kurz untersuchen. Ich hoffe, du springst die hinterher. Ja, mach ganz ruhig. Natürlich. Ich hau die jetzt raus hier. Ich muss sagen, wenn ich den Timer hinzufüge kann. Ich füge den Timer jetzt hinzu. Feier in the wall. Ach, schon wird das neu verbringlich. In Deckung. Leif. Gib sogar ne Cutscene für. What the fuck? Cool. Neu. Jawoll. Double Headshot. Oder Double. Oh, die Kiefe. Vor allem, das ist alles originale Ballistik, ne? Enten ist ein Sniper. Das meine, das meine. Das meine. Abgebetet. Von rechts. Oh Gott. Das ist ein Sniper. Komm nach Munition. Ah, komm schon. Ah, komm schon. Ah, komm schon. Bin ich kacke. Oh mein Gott, bin ich kacke. Oh, ist nicht wahr. Alter, bin ich kacke. Scherlecht. Oh Mann. Waldschuss. Das kommt jetzt nichts mehr. Da hinten sind zwei ja gerade alle. Wollen wir das Flugzeug noch holen oder wollen wir die Mission abschließen? Wollen wir das Flugzeug noch holen und den Piloten oder wollen wir die Mission abschließen? Weil wir sind gerade bei der Hauptmission. Das ist nur relativ, ne? Wollen wir die nehmen ein bisschen noch mal. Da kommt der noch auf der Brücke. Oh, warum nimmst du jetzt gerade den Kopf runter? Die Dödel. Rambo. Okay, ich geh doch hoch. Siehst bloß eins. Okay. Laster zerstört, okay. Ja gut, ich will ja nichts sagen, ne? Ja. Aber ich bin nur am Arsch. Ja. Da sind ein bisschen viele. Ja. Und ich kann... Ich muss mich eigentlich gerade träumen. Ach gut, das ist ein gutes Spiel. Das hatte ich raus. So, jetzt. Mein Problem ist, ich habe keine Snipermonie mehr. Stopp. Ich habe keine... Keine Thompsonmonie. Das war ein Headshot? Das ist kein Problem.